Baby-Glück im Familiendrama. Kyle Walkers jüngster Nachwuchs ist auf der Welt. Hinter dem britischen Fußballer und seiner Frau Annie liegen aufreibende Monate. Anfang des Jahres verkünden sie die Schwangerschaft. Zeitgleich wird publik, Kyle hat bereits seit einigen Jahren mit der Influencerin Lauren Goodman eine Affäre. Kurz nach den untreuen News trennt sich Annie von dem Sportler. Jetzt ist das Kind des Ex-Pars auf der Welt. Ein Freund der frischgebackenen Eltern erklärt, die ganze Familie freut sich riesig über das Baby. Es ist eine Erleichterung und ein Quell der Freude für sie alle. Inmitten des ganzen Dramas ist für Kyle und Annie jetzt vor allem eins wichtig, das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder.